Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du Wörterbücher beim Übersetzen mittelhochdeutscher Texte korrekt verwendest? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, wie Artikel in Wörterbüchern aufgebaut sind. Mit diesem Wissen kannst du schneller und effizienter übersetzen. Welche Wörterbücher es gibt, haben wir dir schon in anderen Videos erklärt. Der Aufbau eines Artikels hängt davon ab, welches Wörterbuch du benutzt. Schauen wir uns den Aufbau von Wörterbuchartikeln mithilfe eines Beispiels an. In der ersten Strophe des Nibelungenlieds kommt das mittelhochdeutsche Wort Helden vor. Ein Artikel in einem Wörterbuch beginnt mit dem Lämmer, also dem Wort, das du nachschlägst. Dieses Wort wird meistens in der unflektierten Form angegeben. Unser gesuchtes Wort Helden liegt im Beispieltext allerdings im Plural vor. Wir müssen also zunächst den Nominativ Singular rekonstruieren. Dieser lautet Held. Unter dem Lämmer Held findest du im Taschenlechser folgenden Eintrag. Nach der unflektierten Form Held wird die Genitivendung DES angegeben. Diese lässt erkennen, dass in der Nominativform Held eine Auslautverhärtung vorliegt. Außerdem wird das Substantiv im Mittelhochdeutschen stark flektiert, während der Genitiv im Neuhochdeutschen DES HELDEN lautet. Darauf deutet das folgende Kürzel im Taschenlechser hin. STM ist die Abkürzung für ein starkes Maskulinum. Vor den Bedeutungen stehen also erst einmal grammatikalische Informationen. Im Mittelhochdeutschen Handwörterbuch von Matthias Lexer ist der Artikel zu Held noch um einiges länger. Denn nach dem Lämmer, der Genitivendung und der Flexionsart werden die Textzitate aufgelistet, die für ein Belegwörterbuch typisch sind. Diese Zitate aus mittelhochdeutschen Primärtexten bieten eine repräsentative Auswahl relevanter Bedeutungen. Sie sind jeweils mit Abkürzungen versehen, die kenntlich machen, aus welchem Primärtext die Belegstelle stammt. Wenn du den Online-Lexer benutzt, kannst du einfach das Kürzel anklicken, um den kompletten Titel zu sehen. Außerdem wird angegeben, welche Textausgabe verwendet wurde. Die Zahl hinter dem Kürzel gibt an, in welchem Vers das jeweilige Textzitat zu finden ist. Im digitalen Wörterbuchnetz kommst du übrigens über den gelb hinterlegten Querverweis in dem Lexerartikel direkt zum entsprechenden Artikel im mittelhochdeutschen Wörterbuch von Benneke Müller-Zahnke, kurz BMZ. Der BMZ-Artikel ist ganz ähnlich aufgebaut wie der im Lexer, weil der Lexer als Ergänzung zum BMZ gedacht ist. Manchmal stehen die wichtigsten Grundbedeutungen deshalb nur im BMZ und nicht nochmal im ergänzenden Lexer. Im BMZ-Artikel zu unserem Beispielwort Held gibt es noch mehr Belegstellen aus dem Nibelunglied. Daran kannst du schon auf den ersten Blick erkennen, dass das Substantiv Held in diesem Helden-Epos ein äußerst wichtiges ist.